yo was geht ab leute ich bin es wieder erfahrt nico und herzlich willkommen zu einem weiteren video auf meinem kanal ja die die destiny kennen denke ich mal werden die spielmodus kennen das heißt rambus auf deutsch alle gegen alle und hier einfach mal probieren hier ich habe jetzt länger kein destiny mehr gespielt da ja auch das neue co2 draußen ist ach du scheiße ich habe gerade keine lust drauf hab wo ist er auf jeden fall heute heute wahrscheinlich heute morgen habe ich vor zu livestream ein bisschen kauft ihr die infinite warfare und das um 21 uhr 15 ja wie gesagt könnt gerne dann reinschauen falls ihr bock haben werdet scheiße auf jeden fall wie gesagt gleich zum morgen soll das vielleicht ein bisschen so ungehypt wie ich jetzt mal mein klinger ist ein bisschen sehr passiv aber muss mich auch ein bisschen konzentrieren kein bock jetzt nämlich komplett abzuschmieren der eine typ rasselt zwar auch komplett aus also wo wirft den nicht komm vorregg danke fein ich habe ihn absolut nicht gesehen und wie geht es nun weiter mit videos ja muss ich selbst schauen wie ich lust und laune habe zeit habe ich halt nicht so die laune ist halt so nah kann man jetzt nicht ändern so auch spontan alles gott ok ich weiß nicht was ich jetzt großartig davon halten soll ja wie gesagt dann live stream ein bisschen chillen ein bisschen zocken und videos mal gucken wie ich lust und laune habe jetzt läuft es eigentlich jetzt nicht unbedingt so schlecht aber die gegner sind noch mal also der eine ist auf jeden fall eine ganze routine besser als ich geschweige denn die anderen so ohne scheiß meine erste runde heute ja das ist natürlich sehr fair wie gesagt videos kann in den kommentaren schreiben ob ihr eb oder mw mal sehen wollt oder ob ihr ob ihr einfach wollt dass ich ein paar let's play sogar mache kann auch gerne rein bin ich auch für offen wenn ihr sagen würdet ja nico dazu willst du dich nicht mal in dem let's play probieren davon habe ich zwar jetzt nicht so viele spiele aber was weiß ich auch die infinite warfare kampagne oder mordernwurfer ich komm grad absolut nicht rein relativ lange auch kein kill mehr gemacht wir müssen Gegner sein nicht nur einer die ulti wird irgendwer gepotzet ey immer diese shotgun leute man mhm schwere munition gehabt das sah sehr gut aus wenn ich ehrlich bin ja ich vergesse mal hier aufnehmen tue bisschen altes schema noch hier dran aber nun gut ich werde zwar immer noch die gleiche mühe in die video stecken also nicht viel wie wir alle wissen aber immerhin bisschen und das kommen wieder mal ein paar die will ich jetzt einfach mal vermeinen ich dachte grad das wäre ein gegner plus the mail also oder auch nicht du tustest mich jetzt nicht das sehe ich jetzt nicht ein ich gehe einfach mal hier probieren als ob jetzt hier niemand ist mann ey mann wo ist er hin ach shotgun ja tut mir echt leid aber ich muss jetzt ich muss jetzt wieder reinkommen hm dieses youtube dinge ich glaub ich hab jetzt auch drei wochen oder so nicht zu hoch geladen der andere scheiß war ein bisschen vorproduziert also wenn man es so nimmt im monat ist das für die letzte video was ich aufgenommen habe her das ist schon ein bisschen ein bisschen ein bisschen viel wenn ich jetzt das mal so sagen kann darf tue äh Entschuldigung es kam so über mich ich konnte mich nicht dagegen werden ich gehe mal weg alter ich raste bald aus ich hoffe die runde geht auch nicht länger als 15 minuten ich wäre ja asozial ok mein internet ist auch grad beste sehe ich so ein bisschen an der seite das habe ich eben gesehen die leitet ihr mich an den links sicher auch nur so ist das 15 mann ja ist ok keine spezielle munition nee 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 du hast verloren wie andere vor dir auch du kannst dich davon erholen schlägt er mich einfach um nun gut leute sorry dass es ein bisschen verplant das video war wie gesagt morgen livestream 21.15 Uhr ist geplant dann will ich mal bis zum nächsten mal Leute tschüss